Das Ding habe ich zerstört und hier ist ansonsten nichts. Boroklager. Ich glaube nicht, dass ich das zerstört habe. Das waren dann wahrscheinlich die Koblenz. Oh, ein Bärchen. Piki braucht zum Platz unsere Hilfe. Genau dann, wenn ich keine Nahrung mehr habe oder welche verkauft habe, dann brauchen sie Nahrung. Aber das ist ja kein Problem. Granvik braucht gerade nichts von mir, nein. Hier liegen 100 Goldstücke rum und noch ein Bär. Come on, folks. Come on, folks. What? Yes. Agreed. Come on, folks. Wie gesagt, ich habe gerade nur Milizen. In a minute. Ja, das Gute ist, meine Truppen sind jetzt mittlerweile schon so gut, dass sie, ähm, ja, wenigstens Bären ziemlich schnell ausmerzen können. Come on, folks. Agreed. Ja, hier oben ist noch mindestens eine Höhle. Ach, komm. Agreed. Agreed. Bringen wir mal die Koblenz zu uns. Dass wir die loswerden. Ich glaube, das können wir jetzt machen langsam. Aufpassen nicht, dass aus dem Worok-Lagern jetzt doch noch Woroks kommen. In a minute. Und uns die töten. Hier wir sind. Agreed. Come on, folks. In a minute. In a minute. Musik So, Sicherheitshalberbank Quicksave machen Oder am besten unser richtiges Ding überspeichern So Hmm, I smell roast beef Who are you? A young mage, you say? I will share my knowledge of local folklore with you But first, you must do something for me Once, I needed an artifact for my, um Experiments I found it in the cave nearby After I brought the artifact home The spirits pestered me to bring it back The trouble is I forgot the exact place where I found it Take the artifact back where it belongs And I'll be happy to tell you all the interesting legends You can stand to listen to Okay Also, to the Höhle da oben Sollen wir das Artefakt bringen Here we are As you wish What? Come on, folks Aha Aha Na gut, das ist das geringste Übel Agreed Oh, Wolfslager, das ist Aha Come on, folks Eher angenehm Habt ihr's gesagt Shoot'em Agreed Bows at the ready Okay Well, here we are Huh? Agreed Agreed In a minute Well Let's show'em What? Come on, folks I love an old-fashioned hunt What? At your service Come on, folks What? Come on, folks Agreed Agreed Aha Come on, folks Come on, folks At your service At your service At your service Yes At your service So, Goldstücke haben wir In a minute Kann ich mit dem Artefakt was anfangen? Ein Artefakt, das die Geister Verloren haben Well, agreed Gut, okay Das nächste Geben wir aber erstmal In die Richtung Erstens gibt's hier die Höhle Und dann gibt's da hinten Noch eine Höhle Wo ich da das Schwert Rauskriege Agreed Ah, wer hängt At your service As you wish As you wish Come on, folks Here we are As you wish As you wish Coming Aha As you wish Yes Bows at the ready Okay Come on, folks So, sind wieder ein paar Bär Agreed Die wir erstmal Auseinandernehmen müssen Achso, das sind beides Verdächtige Shoot'em In a minute Come on, folks We are under attack At your service Well Grab the weapons Grab the weapons Boze at the ready Das ist eine ziemlich fette Wolfsgruppe sogar At your service In a minute In a minute Come on, folks Boze at the ready Here we are Here we are Die Verteidigungsfähigkeit ist schon cool Wie sie sich da Da sozusagen Einen Kreis bilden Und sich dann ordentlich verteidigen Here we are What? I love an old-fashioned hunt So, noch der eine Wolf Und dann sind die auch Geschichte Here we are Come on, folks Oh, und da warst du dann Nahrung? Nothing is happening That's strange The Alchemist must have shown us the wrong place Und Gift Here we are At your service Das macht Gift Ah Okay, wenn ich das auf der Einheit benutze Dann hat sie für zwei Minuten lang Giftangriff Hm Faktisch Agreed In a minute Jetzt aber mal gucken, was in der Höhle ist Agreed Dort müsste ja eigentlich auch das In a minute Auch nur eine Wolfshöhle und eine kleine noch dazu I love an old-fashioned hunt Well At your service Huh? That'll be fun That'll be fun Well Beat them up Well All right Und ja, wahrscheinlich ist es besser, wenn ich einfach richtig kämpfe, weil dann alle drauf einprügeln At your service In a minute Aha Phantom Schwert Aha In a minute Come on, folks So, mit dem Phantom Schwert können wir theoretisch Zum Come on, folks Ah, was haben wir hier übersehen? Aha 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 Böse sind bereit Achso, da steckt ja noch der eine Wolf fest Aha Come on, folks Mit dem Phantom Schwert könnten wir theoretisch erst einmal zu Dings zurückkehren In a minute Äh, Briganten Aber hier nicht mehr lange und meine Jungs haben wieder Level ab Oh, die hätten wieder eine Schriftrolle des Wissens in Pikir Und in Granvik haben sie da auch eine neue Ja Well, at your service In a minute Come on, folks Uh-huh Well So, mir fehlen noch 25 Nahrung, damit ich Pikir genug Nahrung bringen kann Deswegen geht es jetzt erstmal nach Granvik Come on, folks Ich glaube, ich werde das Gift verkaufen Gehen wir noch nach Granvik und dann Und machen dort alles, was wir machen können und wollen Und dann speichern wir und machen den Cut erst einmal Also ja, wir waren noch nicht in dem Gebiet hier oben Weil es dort ziemlich böse aussieht Wir waren noch nicht bei der Phantomhöhle und dann war es das im Großen und Ganzen schon Alles andere haben wir, glaube ich, schon gemacht Achso, ja, das Gift, das sollen wir auch abgeben Ja, Granvik braucht Gift vom Wolfsgrubel, ja Gut, jetzt Handel Den Schild können wir verkaufen Dann hätte ich gerne So, genug Nahrung Für euch die Schriftrolle So, damit seid ihr auf dem besten Weg zum nächsten Level ab Also, was heißt zum nächsten Level ab Zum Upgrade So, dann ist die Beim nächsten Mal geben wir dann den Pikanten hier schwer zurück Und kümmern uns um die anderen Sachen noch So, aber es wird erstmal gespeichert über unseren normalen Save Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut Also, bis gleich So, bis zum nächsten Mal Vielen Dank.